einen wunderschönen willkommen zum heutigen abend willkommen zu einem spiel was wir uns angucken werden heute wir machen angefuchst raus vielleicht auch ein weitergefuchst mal gucken willkommen zu unusual findings ein adventure was so ein bisschen retromäßig angehaucht ist spielte in den 80er jahren wir lassen uns einfach mal der nachspann ist schon vorher sichtbar ich sage einfach mal spielen das war ich nicht das war ich nicht die musik ist ein bisschen laut muss ich da einstellen ich bereue nichts wir haben es zu vorschusszweck getan es tut mir leid es war ein unfall wir wussten nicht dass natrium so flüchtig ist okay ich bin sorry es war ein accident we didn't know that sodium was so volatil vinnie you're a smart kid i'm glad you like science but there are a lot of things to do other than electrocuting burning or blowing stuff up i get the point i'm sorry that's much better but you are still grounded so no video games you understand me i understand that's much better see you tomorrow but just in case you didn't understand me well enough i'll be taking these cartridges with me but dad hey it takes courage to apologize when you did something wrong you're growing and i'm proud of you that means i'm not grounded anymore nope but it reduces your sentence i don't want you to think that your decisions don't have consequences because believe me they do sooner or later you're gonna have to deal with the results of your actions remember your attitudes towards other people matters anyways i'm locking this door good night das marty mcfly someone's throwing rocks in my window if i had to guess it's nick or tony uh probably nick i should open the window to see what's going on okay but the book is cool okay what's that here oben is this the same as the lear-taste or h? steuerung oder moment steuerung sehr gut oh monkey 1 und 3 okay sieh an sprich mit nimm okay i love this movie concept it's a perfect blend of sci-fi elements with classic nostalgia it just works on so many levels okay wir müssen noch ein bisschen so können wir das mitnehmen it's okay where it is right now okay my nightstand only has dirty shoes and some swamp man comics ab oh warte mal hier ist unser inventar und mausrad hoch öfter someone's throwing rocks in my window ja ich weiß ich weiß dass das dick ist komm someone's throwing okay dann öfter hey vinny vinny shh shut up nick i'm grounded oh yeah well me too i think everyone heard about our uh experiments near mrs johnson's garden then what are you doing here are you crazy the last of the crap tony needs to make a signal descrambler came in the mail we're gonna get pay-per-view cable for free we gotta get to tony's house i'm not so sure nick three words man naked chicks on tv those are four words but you win give me a minute just keep it quiet all right okay the zipline goes directly to the treehouse window the door is locked was i don't recall where i left the key was but it should be around here somewhere okay wahrscheinlich hier this and the tv are staying put i want a long legal battle with dad to have them it could be fun to start practicing bmx stunts again okay yeah these kinds of figures are for looking not playing and that's here an empire spacecraft model e90 it can travel at light speed with ease one of luke masters i think it would look silly fighting a regular sized person it's locked i already been through these a bunch of times doc martinez told me i should avoid heavy lifting if i want to grow taller but and samantha silverman is taller than me what it's my super comfy bed no comic books hiding below it this time and where are the keys what is that here bike packs it could be fun to start practicing bmx stunts again i can see die kann man hinten ans radrand schrauben ne dass man drauf stehen kann extraterrestrial attack poster that's a good idea this movie was so awesome when i was a little kid i used to watch it on my grandpa's the alien laser sound effects were so scary Hey, 50 Filme sind großartig! Hier gibt es keine coolen Sachen. Licht auf! Ich habe sie schon ein paar Mal durchgeführt. Wo könnten die denn sein? Wo könnten die denn sein? Weißt du, hier anfangen du spielst und schon geht's los. Die Blut ist ziemlich dünn, aber es ist perfekt für Komische leiden, wenn du schlafen sollst. Oh, Tab macht auch das Ding auf. Ähm, ja. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Fernseher ausschalten vielleicht. Das ist gut. Ich weiß, es ist wunderschön. Aber ich glaube, es ist der Preis, den ein Mann hat, um seine Privatsphäre zu halten. Ich kann nicht darüber sprechen. Das und die TV bleiben. Ich will eine lange, legale Kampf mit dem Vater, um sie hier zu haben. Es fängt sehr gut an. Äh... Können wir die mitnehmen? Nee, ja. Ich habe bereits einen wie das geschlagen. Also... Modelle sind zu schauen, nicht zu spielen. Ich kann nicht die Bikepacks in da. Die Bikepacks festschrauben. Warte mal, aber kann man die vielleicht hier... Hä? Lass du angucken. Okay. Hm. Ich bin geschlagen. Ich bin geschlagen. Also... Ich muss nicht gehen. Durch die Tür. Ich brauche irgendwas. Er braucht eine Minute. Wir müssen definitiv hier an den Schrank. Ach komm. Das ist das, was wir gebraucht haben. Soll ich ein Flaschenzukehr bekommen? Dein Vater wird dich alle schrecklich finden. Dann wird er meine Eltern nennen. Und ich will das nicht passieren. Ähm... Was ist lustig, du feige Sau? Ich brauche hier irgendwoher. Ähm... Don't worry, Mann. Wenn ich ein Fuß brauche, werde ich ruhig zurück nach Hause zurück. Okay, ich verstehe. Ich glaube, eine Nacht von Free-Pay-Per-View-Cable ist das Risiko wert. Okay, äh, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ja, sicher, schau. Ich werde dich holen. Du sagst das zu Eddie Martinez und er hat eine Legge. Das ist anders. Eddie Martinez ist fach. Er ist nicht mein Freund und seine Eltern wissen nicht meine. Vergiss es. Ich werde nicht schaukeln. Mhm. Ähm... Ähm... Ist Toni auch nicht beendet? Ja, aber seine Mutter ist schmerzend. Erinnerst du, die Zeit, als wir eine Lama in Toni befestigten? Sie hat es niemals gefunden. Ja, ich denke, sie wird uns nicht beendet. Aber das war eine Zeit, wirklich. Das war eine Zeit. Auch in Deutschland. gab es unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, verschlüsselten Pay-TV-Programme zu entschlüsseln. Just give me a minute. Okay, but hurry! Bettwäsche, sagt er, aber... Doc Martinez... Äh... Hits my super... Da passiert nichts mit der Bettwäsche. Wir können den Schrank und die aufmachen. The door is locked. I don't recall where I... But it should be around... Er sollte hier irgendwo sein, aber wo? Oh... I mean, I like old school stuff. But I'm not gonna go waving this poster around. I've already been through these a bunch of times. Äh, ging auch nicht. Also ich kann nur mal gucken. My nightstand only has dirty shoes and some Swamp Man comics. Das Kissen ist kein Objekt, leider. Deswegen geht das nicht. Und reingucken tut er nicht, ja. No more cool stuff hiding here. Wir können die Lampe anmachen. Light on. It's just a light switch. Wir können das Licht ausschalten. Vielleicht, warte mal... Der Fernseher macht auch kein explizites Licht. Der Fernseher macht auch kein explizites Licht. Der Fernseher macht auch kein explizites Licht. Ich kann nicht schrauben... Er braucht hier einen Flaschenzug. Hier. Wenn ich diese an eine Pugel verabschiede, sollte es richtig schlafen können. Hm... Ach so, warte... Guck mal... Ah, warte... Da ist der Schlüssel. Privatsphäre. Danke, Aaron. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Ich verstehe. Da ist der Schlüssel. Hey, mein Roboto-Battle Station. Was hast du da gemacht? So, jetzt aber. Oh Gott! Pop, pop, pop. Deswegen Content-Musik. Eieieiei. Warte mal, ich trebe mal runter. Das wird so gestrikt werden. Ist egal. Scheiß drauf. Mal zwischendurch wieder Ton wegnehmen. Und Chris, weil er Stumarrest hat. Sie sind hier. Baby, rise round. Mal wieder Ton aus hier. Kommt ja eh bloß Musik gerade her. Kann wirklich sein. Akune der Baba. Star Wars. Pac-Man. Oh. I, I, I. Woodlines a moving. Just a little bit closer. Tell her. All I know is that's me. You look like you had to, man. Open that can have it. I was watch out here. I found you spin me right run. Hey, Tony! Wir sind hier! Wir haben nichts verloren? Nein, nicht wirklich. Ich bin fast mit der Antenna verbunden. Du bist sicher, das wird funktioniert? Warum braucht es sogar die Antenna, wenn wir versuchen, um die Kabel zu holen? Ich installe ein Transmitter auf die Kabel-Box auf der Straße. Das ist, dass es keine große Obvious-Wires führen, um zu dieser Haus. Und believe mich, das Ding hat viel mehr Kraft als wir brauchen, um die Kabel zu verbrechen. Du hast immer diese Pony-Bedsheets? Ja, der Pony-Kartoon hat seine Momente. Und meine Großmutter denkt, Ponys sind cool. Wenn du so sagst, dann gebe ich mir eine zweite Chance. Ich bin sicher, dass du es magst. Und in der zweiten Saison wird Dinge viel besser werden. Mit den ersten zwei Pony-Babys und allem. Megan hat wirklich als Charakter geworden. Wir machen es kaputt. Oh, jetzt geht's los. Stimmt. Es funktioniert. Was ist das? Was ist das? Es sieht aus einer kinder Sci-Fi-Movie. Von China? Was Sprach ist das sogar in? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe keine Dnescrambler gebaut, so we could catch the international channel. Let's try another one. Something's wrong. This thing is on every single channel. On the plus side, we can watch Chinese movies. Oops. What the hell was that? That wasn't a shooting star. I don't think that was a movie. What do you mean? It could be possible that we just witnessed some sort of distress call from a spaceship that just crashed in the South Plains Greenwoods. I'm not sure. What if it was just the weirdest coincidence ever? Then what are we waiting for? That wasn't far from here. Let's go find out. But what about the cable girls? Look, if that was an alien spaceship, we could be the first humans to meet beings from another planet. Don't you want to be part of human history? But the girls... I'm pretty sure that if we become part of human history, we'll get more girls than if we stay home stealing cable. You got a point. Let's get moving. Schade, JP. Das Fähnchen muss definitiv mit. Sitze auf meinem Rad? Ah, die vorne auf dem Rad. Kann man hier speichern? Nee, ne? Nee, okay. Gut. Zeig mal her. Was haben wir denn? Flüssigkeit. Das sieht nicht gut aus. Some blue liquids spilled on the ground. Oops. Bye-bye. Some blue liquids spilled on the ground. It smells funny. I think this is one of the oldest pines in the woods. Pinewood. The vegetation is really dense here. I can't find anything in this bush. Halbverbrannter Baum, okay. It looks like it was hit by lightning. Or a fireball. Maybe the alien did this? No, Vinny was right. It was definitely a lightning strike. It was like that a week ago when I went hiking with my dad. Nah, this water is gross. We really don't want to drink this. Das ist auch nicht trinken. Instant squirts. I have tried it and I can assure you that rumor is 100% true. Timber! Erstmal müssen sie alle hinstellen. I can't move it. It's too rusty. Okay. Let me give it a try. Yeah, this is too rusty. We need something to lube it up. Hmm. Hmm. Okay, da brauchen wir irgendwas, womit wir was anfassen können. Blatt zum Beispiel. This tree gives me the creeps. It's a tree, alright. And it's not going anywhere. Look, the bushes are moving. Hello? Mr. Extraterrestrial, is that you? We saw your transmission. We come in peace. Oh. They don't... Those are not the aliens we're looking for. Those are wolves. I knew this was a bad idea. Quick! Pretend to be bigger. Wolves almost never attack adults. Go away! I've got a mortgage to pay. Shoo! Shoo! Really? Shut up. It's working. Shoo! Shoo! I have three kids and a boring job. Shoo! This isn't working. Any other plan? Äh, lauft jeder für sich der langsamste Pech? Erschecken wir sie, indem wir uns aggressiv verhalten. Ich stürze mich auf sie, ihr deckt mich. Los, komm. Ich schraue sie, weil sie aggressiv agressiv sind. Ich schraue sie. Du, ich schraue mich. Are you sure about this? Ja, aber es ist in der Dokument dazu gesehen. A Honeybadger did this to a group of lions and he escaped. Those aren't lions. We're not Honeybadgers and this is not a documentary. Let's give it a try. We have nothing to lose. Other than our life. Are you sure we don't have any other option? Okay. Those wolves were bad enough. What? Was war das? Oh. What are you doing here? This is no time to visit the woods, kids. Didn't you know the area's full of wolves? Yeah, we just saw some of them over there. You were lucky they didn't attack you. You better get home. If you do it quick, I won't tell your parents about this. Sir, yes, sir. Let's go. Wait. Do you know what this blue liquid is? It was like this when we got here. Did you see or hear anything else unusual tonight? No. Something tells me you're not being honest with me. Does anyone else know that you... What the hell? Run! Let's get to the treehouse. Whoops. Okay. Willkommen mit Frieden. Und dann bin ich mir gegen der vierten Art. There's a killer alien in town, and we're the only ones that know about it. We should tell the police. We could try, but I don't think they'll believe us. We could at least tell the park rangers that one of their guys was attacked in the woods. That makes sense. I think we should stop it ourselves. Who knows how many people that creature is going to kill before the police realize what's up? Any suggestions on how we're going to do that? I was thinking of setting a trap. A bear trap. No one can escape a bear trap. I think it would be better if we could ensnare him with a strong net. He seems to have long limbs, so in my opinion, a net would be the more effective option. We could dig a big hole and cover it with leaves. Who do you think you are? Willie E. Coyote? Because your net idea is so much better. Please remind me, what are we trying to catch again? An alien or a shark? Gentlemen, please. There's no need to argue. Look, we don't know anything about this alien. Except that it's all gangly and likes to stab people. Maybe we should take a blanket approach, you know? Cover all our bases. We can put together a bigger trap that uses all three ideas. The hole. The net. The bigger hole. And the bear trap. Oder so. At least if it fails, nobody can point fingers. Sounds fair to me. And don't worry about digging the hole. I'm sure the bull will help us with that. He owes me big time. Oh. Oh. Sir Lover's Lane. Ah, guck mal. Wir stehen hier unten. Ach so. Seht ihr ja gar nicht. Warte mal. Da unten stehen wir. Was ist das hier? New Frontier Tor. Okay. Da ist der Stier. Da gehen wir hin. The tag says, when you mess with the bull, you get the horns. There's some tally marks. What's the 345679? What is this orange blue again? 26 of them. Water's not supposed to smell like that. Okay, dann probiere es mal. Man, I'm not touching that. Okay. Let's see what we got. Möton. Immer in Adventures. Bingo. Three things that are not completely garbage. Drei. A Jumpy Joe Toy. Ja. Chipmunks Kassette. Ähm. And a number five wrench. Jumpy Joe and the Chipmunks Tape are clearly garbage. Was? Okay. I'll ditch the Chipmunks. But I'm keeping Jumpy Joe. It's vintage. Ich wollte aber alles haben. Ey, die Mucke ist ja geil, oder? Ich würde sie gern lauter machen. Aber dann ist es zu laut für die Sprache. Ich bin schon, ich bin schon... Bof, 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 bof. JP okay, er erschuldet uns was